hallo ist euch schon mal passiert dass ihr eine eine neue patient oder in dem labor eine neue arbeit bekommen habt und ihr den patient nicht behandeln konnte oder die arbeit in der in den labor warten mussten weil ihr nicht den passenden implantatschraubendreher hatte das problem kennen deswegen und deshalb haben wir es bei verschiedenen implantatschraubendreher set einmal für den labor und einmal für die praxis für den labor haben wir den passenden halter und dazu dass in dem set sind nun verschiedene implantatsysteme drin das heißt wir haben die bekanntesten implantatsysteme chemlo stroma ankylos und so weiter natürlich sind diese implantatsysteme auch mit anderen anderen unbekannten implantatsysteme kompatibel der unterschied zwischen diesem set und ist dass wir den passenden drehmomentschlüssel dazu haben und wie ihr hier sieht wir haben in jedem bei implantatsysteme drei verschiedene größe und zwar einmal ganz lang medium und ganz ganz kurz und zwar das ist sehr sehr vorteilhaft für die arbeit ganz ganz hinten für beide molaren das macht sie super wenn ihr meine 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 video gefallen hat und ihr bestellen wollt oder einfach noch mehr information dazu braucht besucht einfach unser online shop das steht hier unten ich würde mich sehr freuen natürlich würde ich mich noch mehr freuen auf eine bestellung das system für den labor ist noch nicht online das kommt aber bald online bis dahin könnt ihr das system auch telefonisch bestellen meine telefonnummer ist auch hier unter diesem video ich freue mich auf euch ich freue mich auf eure bestellung und natürlich würde ich mir riesig freuen riesig freuen wenn ihr meine video weiter teilt bis dahin ich wünsche euch einen schönen bis zum nächsten mal ciao Ciao!